Mh, schmeißen, ne? Mh, schmeißen, ne? Mh, schmeißen, ne? Mh, schmeißen, ne? So ist es schneller. Rauschen! So brachial fertig, ne? Doch, das kann ich hier senken. Ich glaube, das kann ich hier sein, oder? Ich geh mal. Ich geh mal hin, weil das ist so gut. Du weg da! NEEIN! Nein, das Bruder hat mir nicht aufgeholt. Darf ich? Hast du den Brot? Nein. Frau Reit. Freit. Ha 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 ha. Mh. Mh, so übel. Ach mal. Mh, so übel. Mh, so übel. Ehh, so übel. Nein, die anderen Nacken. Ne. Jetzt friss. Noch mal schneller. Mh-mh, oh nein. Nein! Seid auch ein bisschen eng? Ja, gerne. Mich hättest du das bisschen drauf. Soll ich so ein bisschen? Ja, okay, komm. Ohne Brot, ne? Junge! Falsch nicht! Das schriffst du selber! Das kannst du auch selber fressen, Alter. Schau so. Das war mehr als eine Hälfte wie abgemacht. Passt schon. Äh, Junge, 250 Gramm waren abgemacht, ne? Scheiß mal, war ja abgemacht. Die Hälfte waren abgemacht. Scheiß mal, Alter. Ich würde eh nicht mit der Welt zu tun. Ja, und? 250 Kilogramm. Ja, Hälfte. Na, na, jetzt ess einfach. Warum gehst du in den Westen in den Leeren immer heiß? Ich friss einfach. Halt die Schnauze. Wie konnte der Bett etwas kack da, Alter. Über zwei Stücke oder zwei Stücke. Weil so ein Magen doch trainiert war. Das war gut. Das war gut. Na, ich baue dir viel mehr. Konzeption. Kack was. Friss. Friss aber störbar. Kommt zum Abschied. Das, das macht sie. Lass überflüssig. Du wickst ab. Fykl. Ey. U. Du wickst ab. U. Boat. U. U. Einmal. Mit dem Dreckte. Die ist. Ich fange einfach.